Willkommen zu diesem weiteren Video. Apple hat dieses Jahr zum ersten Mal einen Unterschied zwischen den Kameras des normalen Pro Modell und des Pro Max gemacht. Da ich Fotograf bin, dachte ich mir, ich probiere beide Kameras einfach mal aus und schaue mir an, was da die Unterschiede sind. Genau das habe ich gemacht, deswegen viel Spaß mit diesem Kameravergleich zwischen dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max. Zuerst müssen wir natürlich noch auf das Datenblatt eingehen. Sowohl das iPhone 12 Pro als auch das Pro Max haben eine 12 Megapixel-Weitwinkelkamera mit einer maximalen Blendenöffnung von f2,4. Die Hauptkamera hat ebenfalls bei beiden 12 Megapixel und eine Blende von f1,6, allerdings hat die Hauptkamera beim iPhone 12 Pro Max einen größeren Sensor als beim iPhone 12 Pro. Beim iPhone 12 Pro haben wir einen zweifach optischen Zoom, dieser Sensor hat eine Blende von f2,0. Beim iPhone 12 Pro Max haben wir einen 2,5-fach optischen Zoom, dieser Sensor hat eine Blende von f2,2. Die 12 Megapixel-Frontkamera mit einer Blende von f2,2 ist bei beiden Geräten gleich. Außerdem gibt es noch einen Unterschied bei der Art, wie die Hauptkamera stabilisiert werden kann. Während das normale iPhone 12 Pro noch auf OIS setzt, wurde beim iPhone 12 Pro Max schon die Technologie SensorShift verbaut. Das heißt ganz einfach, dass das 12 Pro bis zu 1000 Bewegungen in der Sekunde korrigieren kann und das Pro Max bis zu 5000 Bewegungen. Das sollte dann gleich im direkten Vergleich deutlich sichtbar sein. Jetzt kommen wir aber direkt zum Vergleich. Ich habe jeweils die gleichen Fotos einmal mit dem Pro Max und einmal mit dem 12 Pro gemacht und diese jetzt in Lightroom hier geöffnet, dass wir die mal vernünftig vergleichen können. Das Ganze habe ich in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Ich würde sagen, wir fangen einfach ganz standardmäßig mit den Fotos am Tag an, die mit der Hauptkamera gemacht wurden. Da habe ich zuerst diesen Vergleich der Pancakes hier. Die haben wirklich gut geschmeckt. Wenn ich hier einmal reinzoome, auf diese Banane drauf zum Beispiel, dann seht ihr, dass es von der Schärfe hier nicht wirklich einen Unterschied gibt. Ansonsten, wenn wir die beiden Fotos nebeneinander beurteilen, ganz ehrlich, die Farben sind gleich. Die Schärfe, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ist gleich. Meiner Ansicht nach ist das eigentlich das gleiche Foto. Die Schärfe wollte ich dann nochmal etwas genauer beurteilen. Deswegen habe ich hier nochmal den Vergleich gemacht. Ihr seht immer in Lightroom, ich habe die Fotos mit unterschiedlichen Farben markiert. Dabei ist grün immer das iPhone 12 Pro und rot immer das iPhone 12 Pro Max. Also auch wenn ich hier jetzt auf Vergleichen drücke, dann seht ihr hier unten rechts, das ist rot, das ist also das Pro Max. Wenn ich hier mal reinzoome, da können wir nämlich die Schärfe genau beurteilen. Ganz ehrlich, seht ihr hier einen Unterschied? Ich nicht. Deswegen würde ich sagen, von der Schärfe her ist das genau das gleiche. Ich hatte jetzt noch ein Foto hier gemacht. Hier waren die Lichtverhältnisse etwas schlechter. Es war immer noch am Tag, aber hier in den Wald kam eben nicht so viel Sonne. Ihr seht auch, hier oben musste die ISO dann doch deutlich höher. Das können wir noch einmal vergleichen. Und wenn ich hier hineinzoome, das Pro Max ist vielleicht hier etwas schärfer, würde ich mir jetzt einbilden. Also das Pro Max wieder auf der rechten Seite hier. Puh, ein wenig vielleicht. Aber ansonsten hier der Weg, das sieht alles sehr identisch aus. Wenn ich nochmal rauszoome, ich sehe auch hier keinen sonderlich großen Unterschied. Also am Tag sieht man noch keinen so großen Unterschied zwischen dem größeren Sensor, des Pro Max, gegenüber dem kleineren Sensor, des Pro. Der sollte aber ja hauptsächlich in der Nacht dann besser sein. Als nächstes kommen wir dann zum Bokeh. Da haben wir hier das iPhone 12 Pro und hier das iPhone 12 Pro Max. Ich glaube, hier muss ich nicht mal in die Vergleichsansicht gehen, denn da sieht man eindeutig. Das Bokeh ist hier rechts beim iPhone 12 Pro Max größer. Ist auch logisch, wir haben hier den größeren Sensor. Also wenn ihr eher auf natürliches Bokeh steht, dann ist das iPhone 12 Pro Max besser. Als nächstes kommen wir dann zu den Fotos der Ultraweitkamera. Die habe ich hier. Das ist genau der gleiche Sensor. Also theoretisch sollten die Ergebnisse dann auch gleich sein. Und wenn ich die einmal hier vergleiche, ihr seht hier eindeutig, dass diese Fotos identisch sind. Also ich kann hier reinzoomen, wo ich will. Ich kann auch mal auf die andere Seite gehen. Das sieht genau gleich aus. Ist auch nicht überraschend. Wie gesagt, ist ja der gleiche Sensor. Jetzt machen wir uns den Spaß und vergleichen nochmal zwei Bilder. Um auch hier nochmal zu sehen, ob es hier einen Unterschied gibt. Zum Beispiel hier, wo der Übergang zwischen Schatten und dem ganz hellen Himmel ist, sehe ich absolut keinen Unterschied. Und wenn man die Fotos einmal auf Großbild anschaut, sehe ich auch keinen Unterschied. Jetzt haben wir noch ein letztes Beispiel, dass wir uns auch ganz sicher sein können, dass wir hier exakt die gleichen Ergebnisse bekommen. Zoome ich hier jetzt mal ganz weit rein. Und ihr seht, das ist eins zu eins das Gleiche. Damit habe ich im Vorfeld auch gerechnet. Dann machen wir weiter mit der dritten Kamera, nämlich der Zoom-Kamera. Hier ist ja der Unterschied, dass das Pro eine zweifach optische Zoom-Kamera hat und das Pro Max eine 2,5-fach optische Zoom-Kamera hat. Von daher zum Teil habe ich versucht, dann mit dem Pro Max einfach ein paar Schritte nach hinten zu gehen. Zum Teil habe ich das aber auch mal so gelassen, dass ihr eben seht, wie viel der Unterschied hier ist. Wir haben hier links das Pro und wir haben jetzt gleich hier rechts das Pro Max und ihr seht, das Pro Max ist schon etwas näher. Wenn ich mal hier rein zoome, jetzt muss ich natürlich auch etwas erwischen, wo bei beiden dann diese Blumen sind. Dann sieht das so aus, als ob das 12 Pro ehrlich gesagt etwas schärfer wäre. Ja, wenn ich mir das hier so anschaue, wenn ihr mal hier auf diese Blumen hier achtet, dann sind die beim 12 Pro schon noch mal etwas schärfer als beim Pro Max. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt etwas. Also ich meine, prinzipiell kommt es eher darauf an, welche Brennweite euch dann besser gefällt. Wir können das hier nochmal vergleichen. Links haben wir dieses Mal das Pro Max und rechts das Pro. Ja, ehrlich gesagt, also hier sieht man es noch deutlicher. Das Pro ist im Wesentlichen schärfer als das Pro Max. Woran das jetzt liegt, keine Ahnung, ob Apple hier vielleicht den gleichen Zoom-Sensor verbaut und beim Pro Max dann die 0,5-fach optischen Zoom einfach digital macht. Keine Ahnung, woran das jetzt hier liegt. Aber das Pro hat dann auf jeden Fall die bessere Telekamera. Letzter Vergleich, hier können wir auch direkt nochmal auf die Schärfe schauen. Hier bei den Baumstämmen sollte man das gut sehen. Links das Pro, rechts das Pro Max. Das ist eindeutig. Das Pro hat definitiv die schärfere und bessere Telekamera. Ehrlich gesagt muss ich auch vom Handling her sagen, dass mir die Telekamera das Pro besser gefällt. Die des Pro Max ist mir oftmals einfach zu nah dran. Jetzt machen wir dann direkt weiter, nämlich einmal mit den Fotos im Porträt-Modus. Fangen wir mit der Frontkamera an. Die sollte ja bei beiden identisch sein. Schauen uns das hier einmal an. Mal abgesehen davon, dass ich nicht genau den gleichen Winkel erwischt habe. Wenn ich hier etwas reinzoome, ja, das ist das identische Foto. Überrascht mich jetzt auch nicht. Wie gesagt, wir haben hier den gleichen Sensor. Das iPhone hat aber eine relativ gute Kantenerkennung und hat hier einen relativ guten Job gemacht. Mit dem, natürlich, Kunstfell an meinem Jacken. Das bekommen andere Smartphones zum Teil nicht so gut hin. Es gibt aber auch, das muss man fairerweise sagen, Smartphones, die das noch etwas besser können. Kommen wir hier zum Vergleich der DJI Mavic Mini 2. Hier habe ich auch nicht genau den gleichen Ausschnitt getroffen. Liegt hier in diesem Fall dann auch daran, dass ich den 2,5-fach optischen Zoom beim Pro Max habe und den 2-fach optischen Zoom beim Pro. Hier links haben wir das Pro, hier rechts haben wir das Pro Max und ich bilde mir ein, dass das Pro hier auch etwas schärfer ist. Das Pro Max hat hier oben an der Drohne aber deutlich weniger chromatische Apparationen, als das beim Pro ist. Welches Bild einem hier jetzt besser gefällt? Die Kantenerkennung war eigentlich jetzt bei beiden Fotos gleich, muss jeder für sich selbst wissen. Ganz ehrlich, mir wäre das wahrscheinlich dann egal. Letztes Foto, der Porträtmodus in nicht so gutem Licht. Also hier war es jetzt nicht stockdunkel, aber wir sind hier wieder in dem Wald. Und hier habe ich jetzt ein Foto meines Bruders, der sehr, sehr begeistert davon war, dass wir hier jetzt ein Fotoshooting machen können. Wenn ich hier jetzt einmal reinzoome, dann seht ihr, rechts ist das Pro Max und links das Pro. Hier ist es jetzt genau andersherum. Das Pro Max ist schärfer als das Pro, obwohl diese Fotos ja mit der Zoom-Kamera aufgenommen werden, die eigentlich beim Pro Max nicht so scharf war wie beim Pro. Ob die Unterschiede hier einfach nur daran liegen, dass mal das eine Gerät mehr nachschärft, mal das andere, kann sein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gefällt mir hier das Foto des Pro Max deutlich besser. Hier oben seht ihr, dass das Handy einen Shutter-Speed von 1 über 20 ausgewählt hat und hier 1 über 15. Ehrlich gesagt, für einen Porträtmodus finde ich das nicht die beste Wahl, denn Menschen bewegen sich eben. Und bei 1 über 15 kann es sehr oft sein, dass verwackelte Bilder herauskommen. Das war hier auch der Fall. Also wir mussten das Ganze wirklich oft wiederholen. Schlussendlich kommen wir jetzt noch zum Nachtmodus. Hier sollte man ja eigentlich den größten Unterschied sehen, da wir beim Pro Max den größeren Sensor haben. Wenn ich allerdings diese Fotos hier jetzt mal vergleiche, seht ihr hier einen Unterschied? Ich meine, ich zoome jetzt mal herein. Nein, ehrlich gesagt, ich sehe keinen Unterschied. Was ganz interessant ist, wenn wir uns vergleichen, womit diese Fotos aufgenommen wurden, dann seht ihr hier, dass das Pro Max schon andere Einstellungen nutzt als das Pro. Im Endeffekt kommt aber zumindest in diesem Fall das gleiche Foto bei heraus. Um diesen Test dann nochmal zu wiederholen, habe ich hier nochmal ein Foto gemacht. Hier ist es jetzt nicht stockdunkel, aber schon nach Dämmerung. Von daher haben beide dann auch den Nachtmodus genutzt. Jetzt schauen wir mal hier. Das links mag vielleicht etwas schärfer sein, das Pro Max. Also ganz ehrlich, diese Fotos sind aber eigentlich gleich. Das ist etwas überraschend. Ich hätte mir im Nachtmodus vor allem deutlich rauschärmere Fotos vom Pro Max erhofft. Das ist aber scheinbar nicht der Fall. Jetzt kommen wir dann noch schnell zu den Videos. Denn wir haben ja auch eine unterschiedliche Sensorstabilisierung in beiden Geräten. Das habe ich in diesem Clip einmal getestet. Das Pro Max ist rechts, das normale 12 Pro ist links. Und ich habe diesen Clip um 50% verlangsamt. Und meiner Ansicht nach sieht man rechts schon deutlicher, dass das iPhone 12 Pro Max die bessere Bildstabilisierung hat. Schreibt mir eure Meinung dazu, aber gerne mal unten in die Kommentare. Beim zweiten Test hier seht ihr das dann auch nochmal gut, dass das 12 Pro Max einfach die bessere Bildstabilisierung hat. Das ist eben der Vorteil des Sensorshifts im Vergleich zu einer optischen Bildstabilisierung. Um nochmal einfach auf die Videoqualität an sich einzugehen, seht ihr hier nochmal rechts das Pro Max und links das Pro. Ich bilde mir ein, dass das Pro Max etwas detailreicher ist, wenn man hineinzoomt. Hier ist der Unterschied aber auch nicht wahnsinnig groß. Den Weißabgleich haben die beiden Smartphones auch unterschiedlich gewählt. Ich gehe hier einfach mal davon aus, dass das Zufall war. Fazit. Apple hat einige Änderungen beim iPhone 12 Pro Max im Vergleich zum iPhone 12 Pro vorgenommen. Auf dem Papier hört sich das ganz nett an. Wie ihr gerade gesehen habt, sieht man diese Unterschiede im Alltag aber kaum bis gar nicht. Das hat mich dann doch etwas enttäuscht. Versteht mich nicht falsch, die Kamera des iPhone 12 Pro Max und auch die des iPhone 12 Pro ist wirklich gut. Allerdings hätte ich mir da wirklich mehr erhofft nach dem, was Apple auf seiner Keynote versprochen hat. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr zwischen dem iPhone 12 Pro und dem Pro Max schwankt, dann nehmt das, was euch von der Größe und der Akkukapazität besser passt. Die Kameras sind eigentlich identisch, da müsst ihr nicht eins deswegen nehmen. Ihr habt ja jetzt sowohl die Fotos als auch die Videos beider Geräte gesehen und meine Einschätzung dazu gehört. Mich würde es jetzt noch interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht können wir darüber ja auch etwas diskutieren. Das war es mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.